Was willst du da hier röntgen? Da ist nix. I don't get it. Das ist eine Kabel. Das ist das, was siehst du nach links. Ah, Moment. Nee. Komm ich da hin? Komm da nicht hin? Oh, gleich von da. Ja, da. Sondern? Das ist, denke ich, Trinkertum. Okay, wir sollten also das für... Ah. Einste? Ah, wenn der Kamerawinkel nicht so komisch wäre. Okay, das geht da hinten hin. Eben an lang. Ah, okay, das verschwindet da unten. Geht das da hinten auch ins Nichts rennen? Ah, da auch. Warum sollte das einen Unterschied machen? Ah, das ist eigentlich eine Geheimtür ist. Oh, interesting. Alla, wie geil das aufgeht. Okay. Ist das unsere Giftmaschine hier? Ach, das kriegen wir bestimmt wieder auf. Was ist denn da? Was? Ähm. Ja. In der Tat. Okay, was haben wir hier noch für Beweise? Äh, ja, gute Frage. Ach so. Ja. Ach so. Für das Modell... What? Ernsthaft? Warum habe ich das Gefühl, dass ich mit dem Liftbecher was doof ist passiert? Ja. Das ist jedes Mal so in diesem Spiel. Vertraut nicht, schau auf die Lifte. James? Oh, are you there? Sarah? Ja, spätestens jetzt wissen die anderen vermutlich auch, dass es hier so ein Dungeon gibt. I guess. Oh, unser Freund. Woher sieht er... Woher weiß er das? Geheimbund. Late for the party. Misch-machs. Oh. Crushed by a chandelier. Fancy way to go. Perfect for the up. The governor. Sans pants. Prestigeous guest less than Chris Everson. Even my idiot neighbor has a bumper sticker. Wonder what he thinks about him in the law now. Okay, was haben wir... Hier hinten? Nächste Leiche. Naja, passt. Und sie. Ja, gut. Einmal rekonstruieren, dann ist wieder alles heilig. So, einmal das hier. Ach, du meinst, das ist der Unfall von oben? Okay. Was ist hier drin interessant? Nee, ich muss schon hier drin bleiben. Warum ist der Kronleuchter abgestürzt? Ah, da analysieren. Schießpulver. Okay, dann war es nicht durch einen Unfall. Aufgeworfen. Ansehen. Okay. Okay. Oh, ne? Oh. I see. Ich würde jetzt mal auf die andere Seite gucken. Er schießt und dann BÄM. Okay, Magazin. Was haben wir hier? Gut, nächste Leiche. Jetzt, wo du sagst, ne? Wo kommt das her? Das da oben ist intakt. Gut. Achso. Wir müssen ja wieder spulen hier. Ach, da hinten. Frenkmodus. Ja gut, das sehe ich auch so, wo ich nicht geschossen habe. Ne, ich bin schon richtig drin. Ja, okay. Dann gehen wir halt runter. Ähm. Warte mal, muss ich da immer bei Ihnen stehen? Ah. Okay, jetzt können wir hier weiter machen. Eingedrückte Rippen, Internetorgane beschädigt. Wahnsinn. Okay. Äh. Ufa. Lampen. Ich glaube, hier ist irgendwie eine Psychodroge im Spiel. Ähm. Ich glaube, hier ist es so, wenn du die Barriere bist. Es ist nicht alles. Es muss mehr sein. Woher du diese Firma hältst? Ich frage mich die Fragen. Sorry, es ist zu früh. Begoyevich. Was muss sie investieren und schützen die Publikum? So, das war seine Position. Der Kriktik, die mit einem Propagandist. Ja. Das alles zerrekt. Okay. Äh, was wir da weg, Lee? Reconstruction. Lieber Plakowitsch, oder soll ich nicht? Okay, weglegen. Also, wir müssen da einmal vorspulen. Also mal hier. Und kaputt. Äh, weglegen? Hallo? Hutsch, da war jetzt gerade was. Ah, da. Warum ist das jetzt verschwunden? Oh. Ja, da ist er draufgedritten. Das wissen wir schon. Ja. So. Was hätte... Soll ich jetzt hier machen? Ach, da. Dann spüren wir wieder. Ach, Moment. Die Kugel ging da durch. Also, okay. Ne. UV-Lambett, bitte. Danke. Wo geht's? Dekonstruieren, okay. Jetzt versteh ich's nicht ganz. Ach so. Und dann läuft er auf einmal nach vorne. Wohl wahr. Okay, noch vornehm. Einmal zurück. Dankeschön. Jo, das... Sieht noch Schuss aus. Ja, wir haben eine Kugel. Äh, von da unten. Wo die anderen auch hingeschossen haben. Hä? Wo ist es hin? Okay, da oben. Da runter. Ah, haben wir ihn. Ich. Ich. Äh. Äh. Wie hast du das gemacht? Niemand ist hier paranoid. Es ist nur... ...weirig. Das wird in der Weg meiner Arbeit. Ich brauche mehr Licht. Oh, Sarah. Ich glaube, du hast ihren Namen geflogen, als du auf dem Boden lagst. Ich weiß nicht. Ich war delirisch. Die Misere liebt die Firma. Besonders in der Kraft. Ist sie eine Liaison? Ich bin weg. Genau. High voltage. Must be powering something big. Let's see what happens, when we connect this contraption. Ähm. What the... Ach du Heilige. ...in the regular closet, like the rest of us. Äh. Das ist aber diesmal keine Einbildung. Ah, ich habe ein Problem. Ich kann da nicht hingucken. Nicht für YouTube. Hm. Also... ...die... ...wurde hier... ...für alle öffentlich... ...gefoldert? Was hat es ihr alle für krankige Personen hier? Vielleicht, wenn sie nichtkogne sind, es ist leichter, dass sie sich auf die Gefühle zu öffnen. Mhm. Alla, Scholli. Was wundet? Wundet sieht gut. Wundet. 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 Senator Patricia Terrence. So, Beweis Nummer 3. Was ist Nummer 3? Es zoomt irgendwie hier so ran? Was ist es? Achso, hier. Das Blut. Ja, Moment. Guck mal, rekonstruieren. Achso, das ist wieder... Achso, das ist wieder... Was geht denn hier bei dir so auf? Ja. Nachdem sieht es aus. Wie hat das alles angefangen? Was sie derjenige, der ihn hat? Wir beginnen mit, wer der Mann ist. Du kennst mit, wer der Mann ist. Du kennst das, mit diesem Fall zu lösen? Du wirst es helfen. Du wirst es helfen. Du wirst es helfen. Bist du nicht? Sicher, denn du bist so ein noble Typ, nicht wahr? Auf Icarus? Du kannst nicht das richtig machen. Ich zeige dir. Ich zeige dir, welchen Seite du hast. Wie leid du bist. Ja... Die fahren trotzdem nicht richtig abzudrücken. Ja, Entschuldigung. Das sind aber schöne Masken. Auch wenn es... Das ist etwas Übeles hier genutzt wird. Vor allem dieses Vega-Contraction. Wenn man zu viel Geld hat, dann gibt man es für sowas aus. Okay, schauen wir mal. 9 Millimeter. Same als Seiland. Looks like the victim bled out before he got shot. Maybe the killer lost his shit. Lots of moving targets. He had to be in a rush. He could have left additional bullet marks. That kind of trail could help me figure out where he was firing from. Oh, das hat der Schütze gefeuert. Das ist schon eigentlich schlecht. Ah, jetzt rekonstruieren? Ne. Ah, das ist furchtbar. Mit diesen Holo-Dingern. Ah, man. Ich stelle mich mal so hin. Ah, man. Was geht noch da hinten? Hier stand er also. Okay, dann spielen wir mal ab hier. Kommt von da hinten. Ja. Wo willst du, dass ich... Achso, noch weiter. Okay. V-Lampe. Geht weiter. Ach, hier. Rekonstruieren. Oh. Oh. Ich weiß nicht, wie das mit dieser Folge auf YouTube sein wird. Ich... Schau doch mal nicht hin. Ich habe keinen Stress mit YouTube. Ah. Dummdi dummdi dumm. Wir schauen mal weg. Ah. Okay, weiter. Und dann steht sie auf. Und hat es nicht geschafft. Okay. Hier in die Bubble. Ah, Messer. Okay. Ah, Messer. Oh. 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 So. Ich muss es verstanden werden. Noch was? Genau. Drakes Blut. Vielleicht auch deines? Oh. Da. Ich bin okay. Sie war immer bereit, um ihn zu kämpfen. Das ist von der Meinung die Leute in sie verstanden. Okay, dann zeig mal her. Ah. Auf Ines ist sie dann los. Ja, ich meine, er schaut nach draußen. Also macht es ja gerade nur Sinn, dass du dann nach vorne gehst. Andererseits flüchten wir auch nicht dazu gewesen. Okay, was haben wir... Ja, analysieren. Hm. Frank Moros, das ist doch ein geiler Moment. Ah, tut aber beides ziemlich weh. Okay. Ja, 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 ja. Ja, scheint wohl so. Okay, schauen wir mal. Oh, die kommt schon richtig. Analysieren. Äh. Erstmal schauen. Vor allem schlau. Hm, meinst du wirklich, wir haben so viel Glück? Nee, rekonstruieren müssen wir hier nicht. Oder? So, wo hat Green den Kontrollraum versteckt? Da hinten. Alter, diese Holo-Dinger, ich versuche eh nicht. Denken wir das benutzen. Oh, IC. Ich frage jetzt hier nach oben zu den Tisch. Wo gehen die Kabel hin? Jetzt hole ich zum nächsten Tisch. Ja, genau. Dann ist es das schon mal nicht. Eins geht noch da hinten weg. Ich zeige noch mal. Wer verlegt denn so ein Kabel? Ah, da. Ich habe es gefunden. von denen. Okay, das war's... nicht. Andererseits. Ah. Ah. Sagt immer so nie. Wir gehen mal nach da hinten. Oder sind wir hier? Loop. Äh, null. Hier hinten. Hier ist es die Gegend, wir haben abgeh'n. Oh, hier drin. Ja. Können wir die ganze Contraption irgendwie runterfahren? Ähm. Haben wir unsere Drogen dabei? Ich kann grad nichts machen. Ah. Und abwärts. Auli Shit, was ist das hier? Achtung! Ah, okay. Okay. Removed. Special Feature. Illegal Tattoo. Ha. Das ist keine Angaben. Das kann ich nicht lesen. Männlich. Männlich. Zertifikat. Er wird besonders merkbar. Mit viel Muskelmasse. Okay. Oh, I see. Wait a moment, wenn du nicht zahlst, dann stirbst du de facto. Und der Körper ist da für jemand anderen da. Jetzt macht's Klick. Äh, ja das haben wir schon. Und der nächste. Ist der. I see. Und deswegen ist es natürlich auch ein Problem, wenn es dann... Okay. Das ist hier. Green war wahrscheinlich mit den Rekordnungen für Blackmail. No matter how much evil was around, Green would still grab them by the balls. Better focus on you. You have your five fucking minutes of fame. I warn you that I may disappoint you. Wait, what? This is Green. Senator. Attacking his back. He's the one killing them all. It doesn't make sense. It makes perfect sense to me. Did you force him to do it? How the fuck did you do that? What did you do that? That's your job. I don't want to get overly involved. I'm not your cheap little slump secretary. Sarah Kai. What? How the fuck did you get her full name? Did you think you're the only one I spend time with? Sarah? You there? Fuck. Never stored the power. That should work. Okay, also Green hat ja alle umgebracht und dann oben... sich selbst aufgehängt. Hmm. Schwinde von hier und finde Sarah. Also sehen wir sie jetzt wirklich? Holy shit. Okay, ich glaube... Das ist erstmal alles hier. Ja. Achso. Ne, Start will ich hier wieder anfassen. Oh, wieder aufwärts. Mein Bauchgefühl sagt mir... Das wir da nicht einfach so rauslaufen werden. Das wir da nicht einfach so rauslaufen werden. Ah, okay. Ja. Ja. Ich höre sie zu mir. Ich höre sie. Ja. Oder... Ich höre sie zu den Olympus zurück nach. Ich höre sie zu mir, als ob nichts passiert. Was hast du mit ihr gemacht? Ich höre sie? Das viel gel könnte ausgleichen. Ich bin der Senat. Du kannst sie verletzten. Ich werde dich finden. Du denkst, dass jemand sie hier finden wird? Wenn ich sie hier verletze? Ja. Und die Verletzten? Vielleicht wollen sie eine Revenz. Was ist das Kind der Schreck? Oder lasse die Tür öffnen. Deine Freunde finden alles. Und es wird in eine Woche überlaufen. Sorry. Sorry, aber das kann ich nicht unterstützen. Auch wenn es ethisch ist. Also was ist ethisch? Wenn es eigentlich eine falsche Entscheidung ist. Wobei es kommt immer drauf an, die sieht man falsch. Aber ich muss sagen, das Spiel macht Spaß. Interessante Story. Oh. Ähm. Gut, das Auto war mal ein bisschen aufgeteilt. Alles klar. Ist das quasi die alte Welt hier? Holy shit. Warte mal. Und da oben ist dann die eigentliche Stadt. Okay, wir sind mal da. Ist das überhaupt eine gute Idee, dass wir hier so gefliegen? Sera, wo bist du? Ähm... Oh, riesen Schüssel. Ich habe die Körner gewöhnt, die Antenna. Sie müssen operativen. Sera, muss man irgendwie kommunizieren. Ich muss einen Blick näher schauen. Ok. Ok, wir wären da. Und sonst... Jetzt kann ich endlich mal das Auto genauer angucken. Ich glaube, es war schon nochmal schönes Auto. Etwas. Ah, wohin führen die Verkabelungen? Guck, was willst du da von mir? Achso. Ah, let's see. Mal da nach hinten. Auch da oben. Hier hin. Ähm, was geht da? Wieso versuchst du es nicht normal aufzumachen? Du hast jetzt gewusst, ob das zu war. Oh boy. Okay. Okay. Go away. Okay. Ähm... Überhaupt nicht gruselig. Shit. Shit. Ja, ich und Puppen. Haben keine gute Vergangenheit. Komm, mach auf. Ich hasse diese Puppen. Ich hasse diese Puppen. Hier lief. Moment. Achso, nein. Passt schon. Warum so umständlich? Hallo. Oh, okay. Okay. Oh. Oh, okay. Uh. Oh. Oh. Ich wollte nicht schießen, weil ich glaube, das wäre eine volle gewesen und wir hätten Sarah erschossen. Das ist Sarah? Ähm. Ah, ich hatte den richtigen Riecher. Ja. 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 Oh, da will sie natürlich sterben. Die beiden passen gut zusammen. Ähm. Das war ich. Und jetzt versteckst du dich. Äh, zwei. Vermietet. Ja, Geld. Was ist das? Eine Interrogation? Nein, f*** dich. Okay. Wie taucht er im Boot ein? Gut, da hinten nicht mehr. Okay, liebe Leute, ich mache jetzt erstmal Schluss mit der Erfname-Session. Ich muss mal wieder die Kühlung anwachen, das ist ein bisschen warm. Wir sehen uns dann in der nächsten Session. Bis dahin, macht es gut. Ciao. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gebt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr kein Upload mehr. Bis denn dann, euer Brabucher. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.